Heute wird es wirklich kompliziert, weil wir fragen uns anhand von vielen Beispielfällen, was denn der Anwendungsbereich von 323 Absatz 5 BGB ist, in welchen Fällen kommen wir zu dieser Norm. Zunächst einmal zwei ganz einfache Beispielfälle. K bestellt bei V 100 Flaschen Wein, nur 80 Flaschen Wein werden geliefert, weil 20 Flaschen Wein vom Schuldner V vergessen wurden. Ist der 323 Absatz 5 hier relevant für den Rücktritt von den 20 Flaschen? Die Antwort ist Nein, weil der 323 Absatz 5, der ist nur anzuwenden, wenn man vom ganzen Vertrag zurücktreten möchte. Also, wenn der K hier vom gesamten Vertrag über die 100 Flaschen zurücktreten wollen würde, dann wäre der 323 Absatz 5 relevant. Hier möchte er aber nur bezüglich der 20 Flaschen zurücktreten. Das heißt, das kann er ganz einfach machen, indem er eine Frist setzt. Die Frist läuft ab und ja, fällige einredefreie Leistung liegt ja vor, gegenseitiger Vertrag auch. Und dementsprechend kann er dann nach Fristablauf, kann er von diesen 20 Flaschen zurücktreten, ohne dass er einen Interessefortfall benötigt, wie es der 323 Absatz 5 fordert. Okay, zweiter Fall. K bestellt bei V 100 Flaschen Wein. Nein, nur 80 Flaschen Wein werden geliefert, weil 20 Flaschen auf dem Transportweg zerstört wurden. Ist 323 Absatz 5 hier relevant für den Rücktritt von den 20 Flaschen? Auch hier ist die Antwort Nein, weil, oder zwar verweist ja 326 Absatz 5 auf den 323 BGB und damit auch auf den 323 Absatz 5 BGB, aber der K möchte ja hier nur bezüglich der 20 Flaschen zurücktreten. Und da braucht er keinen, ja, das ist nicht der gesamte Vertrag. Dementsprechend spielt der 323 Absatz 5 keine Rolle in diesem Fall. Das ist der sogenannte Grundsatz des Teilrücktritts. Der Gedanke dahinter ist natürlich, packt da so ein Zerwanderer. Wir wollen Verträge möglichst aufrechterhalten und deswegen, nur wenn man vom gesamten Vertrag zurücktreten möchte, dann stellt das Gesetz höhere Anforderungen. Nämlich braucht man bei, wenn eine Teilleistung bewirkt wurde, braucht man einen Interessefortfall und wenn eine Schlechtleistung bewirkt wurde, dann brauchen wir, oder dann muss die Pflichtverletzung nicht unerheblich sein. Gut. So, und jetzt kommen wir zu den komplizierten Sachen. Also, K bestellt bei V 100 Flaschen Wein. V liefert nur 80 Flaschen Wein, weil 20 Flaschen Wein auf dem Transportweg zerstört wurden. K nimmt die 80 Flaschen an. Was sind jetzt hier die Voraussetzungen für den Rücktritt vom ganzen Vertrag? Okay. Hier richtet sich der Rücktritt nach 326 Absatz 5 323 BGB und wir brauchen zunächst einmal einen gegenseitigen Vertrag. Der liegt vor, der Schuldner muss nach 275 Absatz 1 bis 3 nicht leisten. Ja, zwar sind diese Weinflaschen eine Gattung schuld, aber die haben sich hier konkretisiert, weil die ausgesondert wurden und dann auch ein zuverlässiger Transportmensch, der wurde ausgewählt und das wurde auch alles ordnungsgemäß verpackt und so weiter. Also, Konkretisierung ist eingetreten. Jetzt sind diese 20 Flaschen Wein trotzdem irgendwie kaputt gegangen. Somit liegt hier Unmöglichkeit bezüglich der 20 Flaschen Wein vor. Okay. Dann darf kein Ausschluss vorliegen. Hier möchte der K ja jetzt vom gesamten Vertrag zurücktreten. Das heißt, in diesem Fall wird der 323 Absatz 5 relevant. Und der 326 Absatz 5 sagt ja, wir müssen den 323 entsprechend anwenden. Dann sagt der 323 Absatz 5, hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt? Okay, das müssen wir jetzt hier ein bisschen anpassen. Nämlich müssen wir sagen, liegt Teilunmöglichkeit vor? Ja, weil 20 Flaschen wurden jetzt zerstört, aber 80 Flaschen sind noch da. Also, es liegt eine Teilunmöglichkeit vor. So kann unser K, unser Gläubiger, vom ganzen Vertrag nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Das heißt, wir brauchen hier einen Interessefortfall. Beispielsweise, da habe ich jetzt keine Angaben im Sachverhalt zu gemacht, aber wenn der K irgendwie so ein Event-Unternehmen ist und der macht so eine Weinverkostung für 200 Menschen oder so und da möchte er natürlich für alle Menschen den gleichen Wein haben. Und wenn nur 100 Flaschen Wein dafür ausreichen, dann würde Interessefortfall vorliegen und der K könnte vom gesamten Vertrag zurücktreten. Allerdings, wenn der K einfach nur Weinhändler ist oder Weinverkäufer, was auch immer, dann kann er natürlich nicht vom Vertrag zurücktreten, weil das macht für ihn ja keinen Unterschied, ob er 80 Flaschen verkauft oder 100 Flaschen. Beides geht gleich gut. Das heißt, es liegt da, in dieser Abwandlung läge kein Interessefortfall vor. Okay. So, jetzt kommen wir zu den kompliziertesten Fällen. Einmal dieser Fall hier. K bestellt bei V 100 Flaschen Wein. Nur 80 Flaschen Wein werden in einem Paket geliefert, weil V 20 Flaschen Wein vergessen hat, da reinzupacken. K nimmt das Paket an und öffnet das Paket am nächsten Tag. Er sieht so dann, dass nur 80 Flaschen enthalten sind. Was sind jetzt hier die Voraussetzungen für den Rücktritt vom ganzen Vertrag? Okay. Hier ist es ganz wichtig, sich erstmal zu fragen, sind wir im Kaufrecht oder im allgemeinen Schuldrecht? Die Abgrenzung von Schuldrecht AT zu Schuldrecht BT würde ich in zwei Schritten machen. Also in den meisten Fällen schaut ihr einfach auf den Gefahrübergang. Punkt. Wenn ein Gefahrübergang vorliegt, meistens Übergabe 446 Satz 1 BGB, dann sind wir in den 434 fortfolgende BGB. So, das hilft uns in 99% der Fälle. Wenn ihr aber bei der Minderlieferung oder zu wenig Lieferung seid oder ihr seid bei der Lieferung einer anderen Sache. Also diese beiden Fälle, das gibt es auch im 434 Absatz 5 oder so mit dieser anderen Sache. Also in diesen beiden Fällen ist die Unterscheidung ein bisschen oder die Abgrenzung ein bisschen anders vorzunehmen. Da müsst ihr nämlich auf die Tilgungsbestimmung schauen. Und dazu jetzt das Zitat aus dem Münchner Kommentar. Und die Abgrenzung, die zu treffen ist, richtet sich danach, ob die Leistung von dem Verkäufer als volle Erfüllung angenommen wurde. Wenn das der Fall ist, dann sind wir in den 434 fortfolgende BGB. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir im allgemeinen Schuldrecht. Dazu kommen wir dann im nächsten Fall. Okay, hier hatten wir aber ein Paket, wo 80 Flaschen Wein drin sind. Der K dachte, da sind 100 Flaschen Wein drin, weil das Paket ist natürlich undurchsichtig. Da kann man nicht sofort sehen, ah ja, hier sind nur 80 drin oder da sind 100 drin. Also der K hat hier das Paket als volle Erfüllung angenommen. Dementsprechend sind wir in diesem Fall bei 437 Nummer 2, 323 BGB. 323, weil der V ja die Flaschen vergessen hat. Die wurden nicht irgendwie zerstört. Okay. Voraussetzungen vom 437 liegen vor. Dann Voraussetzungen vom Rücktritt. Ja, 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 wir kommen zum Ausschlussgrund. So, und hier möchte der K ja wieder vom ganzen Vertrag zurücktreten. Jetzt stellt sich die Frage, ja, was ist denn jetzt hier die zusätzliche Voraussetzung, die das Gesetz an den K stellt? Die Frage ist die folgende. Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger vom ganzen Vertrag nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Und hier könnte man ja jetzt denken, ja, der V, der hat doch, der hat 80 Flaschen geliefert. Zwar wurden, zwar waren 100 Flaschen geschuldet, aber er hat doch 80 geliefert. Dementsprechend hat der Schuldner V doch hier eine Teilleistung bewirkt. Somit kann der K nur dann zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Das ist aber falsch, weil seit 2022 sagt ja der 434 Absatz 2 BGB zu der Satz 2 BGB, zu der Beschaffenheit nach Satz 1 Nummer 1 gehören Art, Menge und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn eine falsche Menge geliefert wurde, dann ist das ein Sachmangel nach 434 Absatz 2 Satz 2 oder 434 Absatz 3 Satz 2, weil die Menge eben zum Sachmangelbegriff dazugehört. Dementsprechend ist das hier eine Schlechtleistung, das ist ein Sachmangel und folglich sind wir nicht beim Interessefortfall nach 323 Absatz 5 Satz 1, sondern wir sind beim 323 Absatz 5 Satz 2. Hat der Schuldner die Leistung nicht vertragsgemäß bewirkt? Ja, es liegt ja ein Sachmangel vor. So kann der Gläubiger, also der K, vom Vertrag nicht zurücktreten, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist. Und hier ist es natürlich ganz klar erheblich. Ihr wisst, dass dieser Satz 2, der ist deutlich, die Hürde ist deutlich niedriger bei dem. Zum einen, weil Pflichtverletzung nicht unerheblich, das ist, ja, unerheblich ist deutlich weniger als Interessefortfall. Und zweitens seht ihr ja hier auch die negative Formulierung, nicht unerheblich. Das heißt, die Erheblichkeit wird vermutet und somit kann hier unser K vom gesamten Vertrag zurücktreten. Die Erheblichkeit wird, wie gesagt, vermutet von der Pflichtverletzung. Und genau. Natürlich muss eine Frist gesetzt worden sein und die muss abgelaufen worden sein. Das habe ich jetzt, oder das nehme ich jetzt hier in diesen Fällen natürlich immer an. Okay. Nächster Fall. Und auch dieser Fall wird nicht einfacher. K bestellt bei V 100 Flaschen Wein. Nur 80 Flaschen Wein werden geliefert, weil V 20 Flaschen vergessen hat. K sieht dies und sagt dies dem V und nimmt die 80 Flaschen dann aber an. Voraussetzung für den Rücktritt vom ganzen Vertrag. Also der K setzt jetzt auch noch eine Frist und die verstreicht jetzt so. In diesem Fall richtet sich der Rücktritt nicht nach 437 Nummer 2323 BGB. Weil, wenn der Käufer bei dem Leistungsangebot des Verkäufers die Quantitätsabweichung schon beanstandet, dann richtet sich der Rücktritt nach den allgemeinen Vorschriften. Also nach dem Schuldrecht AT. Und weil das hier dann als Nichtleistung zu qualifizieren ist. Es gibt auch so einen ähnlichen Streit oder ähnliches Problem bei der zu geringen Menge. Ne, bei der anderen Sache. So, sorry. Bei der anderen Sache gibt es auch so einen Streit, wenn ich irgendwie 40 Zentimeter Fliesen bestelle oder sowas. Und jetzt werden 39 Zentimeter Fliesen bestellt. Ist das jetzt eine andere Sache? Also da muss man halt dann schauen, was die Tilgungsbestimmung des Verkäufers ist. Wenn er diese 39 Zentimeter Fliesen als Erfüllung anbietet, dann sind wir bei dem 437 BGB. Und wenn er die aber nicht als Erfüllung anbietet, dann sind wir beim Schuldrecht AT. Aber okay. Das war ein kleiner Exkurs. Hier, wie gesagt, der Käufer hat das hier beanstandet. Somit sind wir hier im Schuldrecht AT. Dann Rücktrittsgrund, ja, Fristsetzung und so weiter. Wir kommen wieder zum Kein-Ausschluss. Der K möchte hier wieder vom ganzen Vertrag zurücktreten. Hier müssen wir uns wieder fragen. Wurde eine Zeilleistung bewirkt? 100 Flaschen waren geschuldet. Nur 80 Flaschen wurden geliefert. So wie im vorherigen Fall. Der Unterschied hier ist, dass es eine offene zu wenig Lieferung war. Also der K hat das gesehen, dass es nur 80 Flaschen sind. Und deswegen, zumindest nach dem Professor Lohschelders, nach seinem Lehrbuch, ist deswegen in diesem Fall ein Interessefortfall nach 323 Absatz 5 Satz 1 BGB notwendig. Weil er hat ja gesehen und hat es dann angenommen. In dem vorherigen Fall war das verdeckt und in diesem Fall erscheint es dann doch zumindest wertungsmäßig gerecht, dass man in dem Fall der verdeckten zu wenig Lieferung die Unerheblichkeit der Pflichtverletzung als Maßstab nimmt. Und in diesem Fall der offenen zu wenig Lieferung, ah ja, das sind nur 80, ich nehme das aber trotzdem mal an. In diesem Fall ist es dann wohl wertungsmäßig in Ordnung, dann einen Interessefortfall zu fordern. Ich würde sagen, eine andere Ansicht ist definitiv vertretbar im Hinblick auf die Warenkaufrichtlinie, weil der 434, der ist, der basiert auf der Warenkaufrichtlinie. Und ja, aber egal, also das ist dann wirklich dann ein ganz kompliziertes und ganz strittiges Thema. Genau, und damit kommen wir dann zu dem Ergebnis, dass der Käufer hier nur dann zurücktreten kann, wenn er einen Interessefortfall hat. Okay, so, das waren jetzt die schwierigen Sachen. Jetzt wird es deutlich einfacher. K bestellt bei V 100 Flaschen Wein. Weintransporteur T steht vor der Haustür mit 80 Flaschen Wein, weil V vergessen hat, 20 Flaschen Wein mehr zu verschicken. Kann der K hier die Leistung nach 266 BGB ablehnen? Die Antwort ist ja, weil der Schuldner nicht zu Teilleistungen berechtigt ist. Also der K kann hier einfach sagen, nö, die 80 Flaschen nehme ich nicht an. Dann, okay, nächster Fall, auch ganz einfach. K bestellt bei V 100 Flaschen Wein. Nur 80 Flaschen Wein werden geliefert, weil V 20 Flaschen vergessen hat. K sieht dies und lehnt die Flaschen ab. Also die 80 Flaschen nimmt er nie an. Was sind hier die Voraussetzungen für den Rücktritt vom ganzen Vertrag? Und in diesem Fall wurde ja gar keine Teilleistung bewirkt. Dementsprechend ist der Interessefortfall keine zusätzliche Voraussetzung. Und somit kann der K einfach nach Fristsetzung, nach erfolglosem Ablauf der Frist, kann er zurückdrehen. Gut, letzter Fall. K bestellt bei V 100 Flaschen Wein. Transporteur T steht vor der Haustür mit 80 Flaschen, weil 20 Flaschen auf dem Weg zerstört wurden. Kann K diese, ich sag jetzt mal Teilleistung, nach 266 BGB ablehnen? Die Antwort ist nein, weil der 275 Absatz 1 BGB, der sagt, der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner unmöglich ist. Und hier wurden ja diese 20 Flaschen zerstört. Das heißt, der Anspruch auf Leistung beschränkte sich somit auf die 80 Flaschen. Diese 80 Flaschen sind in diesem Fall also die gesamte Leistung und sind folglich keine Teilleistung und somit kann der K hier nicht die 80 Flaschen ablehnen, nach 266 BGB. Oh, doch noch ein Fall. K kauft bei V einen unfallfreien Wagen. Es stellt sich heraus, dass der Wagen ein Unfallwagen ist. Hat der V gegen K noch einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung, nach 433 Absatz 2 BGB? Hier Anspruch auf Kaufpreiszahlung, das ist die Gegenleistungspflicht, also wir sind bei der Preisgefahr. Hier sind wir also beim 326 BGB. Und ihr wisst, wenn man irgendwie einen Unfallwagen, einen Gebrauchtwagen kauft und der Gebrauchtwagen wird dann vor Übergabe vom Meteorit zerstört, dann haben wir einen Fall von 326 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 BGB, weil der Schuldner brauchte dann in dem Fall nach 275 Absatz 1 nicht zu leisten, weil ja, durch den Meteorit ist das Auto komplett zerstört. Somit entfällt auch der Anspruch auf die Gegenleistung. Also in dem Beispielfall von mir, gerade müsste der Käufer auch keinen Kaufpreis mehr zahlen. Wichtig ist es aber hier, den Satz 2 zu kennen. Im Satz 2 steht drin, dass der Satz 1 nicht gilt, wenn der Schuldner im Falle der nicht vertragsgemäßen Leistung die Nacherfüllung nach 275 Absatz 1 bis 3 nicht zu erbringen braucht. Also hier, Unfallwagen, man kann einen Unfallwagen nicht zu einem unfallfreien Wagen mehr machen, das heißt Nachbesserung und Nachlieferung, also Nacherfüllung ist unmöglich nach 275 Absatz 1. Und somit gilt nicht der Satz 1, also der V hat in diesem Fall noch gegen K einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung nach 433 Absatz 2 BGB. Der Grund dafür ist, also man könnte ja jetzt denken, oh mein Gott, das ist ja super schlecht für den Käufer. Das ist aber nicht der Fall. Der Gegenleistungsanspruch entfällt zwar jetzt nicht ipso jure, also von Gesetzes wegen aus, aber der Käufer steht in diesem Fall besser von 326 Absatz 1 Satz 2, weil der Käufer kann ja jetzt sagen, hm, ich möchte zurücktreten, ich möchte mindern, der kann, ich möchte Nacherfüllung, aber Nacherfüllung geht ja gar nicht, also ich kann entweder zurücktreten oder ich kann mindern. Also er kann hier, er hat hier Auswahlmöglichkeiten und das freut den Käufer doch. Der steht jetzt hier viel besser da, als wenn sein Gegenleistungsanspruch, äh, als wenn der Gegenleistungsanspruch des Verkäufers automatisch entfallen würde, ipso jure. Sondern er kann sagen Rücktritt oder Minderung. Und ich zeige euch mal ein Beispiel aus meinem Leben und dieser Bürostuhl hier, der ist wirklich in der Premium-Kategorie gewesen, also das war jetzt kein Billigbürostuhl. Und hier habe ich gerade gesehen, hier der Stoff da ist schlecht verarbeitet worden und hier vorne seht ihr auch, dass da so, ja, was einzudrücken ist, was auch immer. Und, ja, hier ist das nicht der Fall. Und hier sieht man diese, ja, diese schlechte Verarbeitung des Stoffes und der Hersteller hat das auch, ähm, nicht bestritten. Anscheinend gab es da irgendwie eine schlechte Produkt, äh, eine Produktionsmarge oder irgendwie sowas. Also die kannten das Problem und die wollten, dass ich vom Vertrag zurücktrete. Ich wollte aber nicht vom Vertrag zurücktreten, weil diesen Bürostuhl habe ich, keine Ahnung, für einen wirklich super guten Preis bekommen. Und da wollte ich dann halt mindern und wollte sagen, ja, wieso, gib mir einfach 100 Euro oder so und dann ist mir das, dann ist das in Ordnung. Also ich möchte mindern. Also da hatte ich die Wahl als Käufer, weil Nacherfüllung, äh, war nicht, weil ich hatte eine Frist gesetzt und so weiter. Also ich konnte sofort, äh, zurücktreten oder ich konnte mindern. Und in diesem Fall dachte ich mir dann, ja, wieso, wieso nicht einfach erstmal eine Minderung erklären, mal schauen, wie viel, wie viel die mir geben. Oder man muss sich ja natürlich irgendwie einigen, ähm, ich hab da keine Lust da irgendwie, ja, also man muss sich ja irgendwie auf einen Minderungsbetrag einigen. Und dann wollte ich halt mindern und, ja, am Ende ist es dann so gekommen, dass die tausendmal gesagt haben, hey, wir wollen dann zurückhaben, trete zurück, trete zurück, trete zurück. Und dann bin ich am Ende auch zurückgetreten. Ähm, ich bin eingeknickt ein bisschen. Aber okay, ich hab jetzt einen anderen Bürostuhl, der auch, äh, oder der wahrscheinlich sogar noch besser ist, weil ich hab ganz viele Bürostühle getestet und so weiter. Und genau, das war also hier diese Geschichte. Und das war natürlich super für mich, weil der Kaufpreiszahlungsanspruch von denen ist nicht sofort erloschen. Der ist nicht sofort erloschen, sondern ich als Käufer hatte die Möglichkeit, soll ich mindern, soll ich zurücktreten und so weiter. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.